Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnteiligen Sondersendung des Arbeitsweltradio-Podcasts zu Erasmus Schöfers Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers. Da soll eine schwarze Frau einem weißen Mann Platz machen im Bus und steht nicht auf. Da soll ein Richter ein Gesinnungsurteil fällen und kann es nicht. Da soll ein Soldat seinem Land absolut loyal dienen und veröffentlicht doch Dokumente über die staatlich angeordneten Verbrechen. Erasmus Schöfer geht in seinen Erzählungen bekannten und unbekannten Widerstandsgeschichten nach, Widerstand von einzelnen Unzufriedenen, der manchmal Großes bewirken kann. Diese Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers sind 2016 im Verbrecherverlag erschienen und dank dessen Erlaubnis werden einige davon nun im Arbeitsweltradio-Podcast zu hören sein. Die Geschichten werden gelesen von Claudia Seuferer und Peter Schad. Menschheitsretter in 17 Minuten Es war im Jahr 1983. Präsident Reagan hatte die Sowjetunion Reich des Bösen genannt, was so viel bedeutete wie, dass in Moskau der Teufel regiere. Auch stationierten die USA in Westeuropa ihre neuen atomaren Mittelstreckenraketen, welche die russischen Zentren in Minuten erreichen konnten. Eine Vorwarnung wie bei den Langstreckenraketen, die immerhin gut 20 Minuten von der einen Macht zur anderen benötigten, wäre nicht möglich gewesen. Es war eine Situation größter internationaler Spannung. In dem streng abgeschirmten Armeestädtchen Serpucho bei Moskau war das Rechenzentrum, das Steuerungszentrum des sowjetischen Raketensystems untergebracht, in dem als leitender Offizier in jener Nacht ein Stanislav P. Dienst tat. Kurz nach Mitternacht heute plötzlich die Alarmsirene los. Gleichzeitig blinkte auf den Bildschirmen der Rechner in schreiend roten Buchstaben das Wort Raketenstart auf und die Präzisierung mit größter Wahrscheinlichkeit. Alle jüngeren Offiziere, deren Aufgabe es war, in einem solchen Fall die eigenen Raketen schussbereit zu schalten, blickten Stanislav an und warteten gespannt auf seinen Befehl. Stanislav P. hatte zwei Minuten Bedenkzeit, dann griff er zum Telefon, rief das Oberkommando an und meldete den Abschuss, aber mit dem Zusatz Wahrscheinlich ein Fehlalarm. Noch während er telefonierte, signalisierten die Computer nacheinander den Abschuss von vier weiteren Raketen und die Sirenen heulten erneut auf. Auch diese Meldung sei wahrscheinlich ein Fehlalarm, teilte er mit. Alle Radarstationen an den sowjetischen Grenzen wurden alarmiert. Nach 17 Minuten fieberhafter Ungewissheit kam die erlösende Meldung, dass keine Raketen im Anflug seien. Da jubelten die Offiziere und umarmten Stanislav entgegen allen dienstlichen Vorschriften. Erst Monate später brachten die Untersuchungen des Fehlalarms die Gewissheit, dass Sonnenspiegelungen aus der Raketenbasis von den Beobachtungssatelliten als Raketenstaats interpretiert worden waren. Der Widerstandsforscher darf wohl sagen, dass dieser Mann durch seine Besonnenheit den zufälligen Ausbruch des von den meisten Menschen gefürchteten Atomkriegs verhindert und damit die Lebewesen unserer Erde vor der Vernichtung bewahrt hat. Wie schauerlich aber dagegen die Feststellung, dass wir es nicht fertigbringen, unsere Regierungen und Militärs zu zwingen, diese apokalyptischen Waffen endlich und weltweit zu vernichten, um solche mörderischen Risiken für immer zu verbannen.